ja und willkommen mein name ist dann über und ich bin metal mario master im letzten part haben wir eine öl raffinerie in die luft gesprengt wir sind immer noch auf den fersen und ich glaube dass jetzt glaube ich der part kommt wo wir ihn kriegen erstmal machen wir noch eine lustige bootfahrt mit josh bootfahrt we can't have gone too far josh thanks we can't we can't da geht ja schon gut los das öl fällt ja wir werden gleich so was von sterben ja er ist vielleicht doch ein erstes spray holen sollen naja jetzt gleich machen soll irgendwie trefft die dinger nicht hallo kommt habe ich dir nicht er tut so habe ich dir getroffen ja wir machen das schon wir sind ja nur halb tot und so so ein spray wäre jetzt nicht schlecht nein hey gell warte mal moment oh 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 sehr gut bisschen hart habe ich zum glück noch übrig gehabt aber nicht viel das maschinen gewerb so maschinen gewerr gemacht wir haben jetzt so nimmt es wird ich habe im moment keine ist dabei was er weg was er noch weiter was er noch weiter ja es geht mit zu dem buch auf die geringer denn er gerade gemacht die unterseite davon jedenfalls es war folge glitscht irgendwie ja wenn man von der anderen seite erschließen müssen die bote die bote 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 josh aber ein mediener potter so du hast dich geduckt okay okay ich habe kaum noch pistolen position leben ja noch aber die luft geflogen neben den ja ich bin aber ziemlich sicher hier gibt es im grunde mg nimmst du die mg ich habe ja eine dann benutzt du jetzt eine mg ja noch mehr munition mit schleppen ja dann hast du zumindest mehr munition die du auch nutzen kannst war noch ein kräuter hatte ich glaube ich habe ich habe noch ein großes kraut gesehen aber moment scheiße die wollte gar nicht oder mg dafür haben wir zu spät gelingen sie sind so was zum tod alter was mal so erst mal kaufen erste hilfe sprechen im 1 mit nehme ich an warte mal fertig ich bin auch fertig wie rede ich so warte moment ja so bittes er ok ich hatte damit gerade außer luft abgeschossen da ist es der kopf ich sehen aber rechts ist ein rotes grau das grünes kraut manchmal wo es dann geht es gerade ab was war ich erst mal habe ich erwarte man warte mal ich weiß nicht erst mal nach da muss dann gehen an uns bei da oben oben die sind jetzt waren oder hinter aber gegen die band hier genau da wir sollen erst mal machen Ich geh auf das linke, du auf das rechte. Siehst du die? Ja. Ich hab ihn getroffen. Okay. Dann können wir jetzt hier laufen, oder? Ja, ich denke mal schon. Warte, ich wollte gerade auf der anderen Seite. Ja. Das ist nicht in der Nähe. Ich bin Mühe. Der Medic kommt. Medic! Medic! Help! Thanks for the help. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Warte mal mehr. Der hat gegen den Zaun geschossen. Ich glaube, die Hebel machen das Tor auf, aber lass erstmal ja alles gucken. Ja, erstmal alles untersuchen, was sich nied und nadelfest ist. Na, Vorsicht, Moment. Da sind kleine explosive Festien. Ja. Warte. Warte. So. Das ist eine. Das ist eine. Das ist eine. Das ist eine. Das Maschinengewehr-Volition. Ja. Na. Na. Na, ruhig mal die Waffe. Die ich nicht brauche. Ich nur wüsste, wo die war. Ist irgendwo da auf der anderen Seite. Magnumonie für dich. Magnumonie. Ah, ups, das bist du, Entschuldigung. Au. Aua. Hier ist die. Ah, da ist aber nur. Da haben wir nur Schrotengewehr. Ach, da ist nur einer. Ach, da ist nur ein Koffer. Da ist Silvespray. Silvespray? Mit. Ha. Ja. Kannst du aber. Okay. Da ist aber ne. Ne. grotgewehr. Nimmst mit. Ich hab ja eins. Kannst du auch. Na. 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 Ja. kannst du ja das neben drei ist eine sehr starke schrugflinte ich habe weil ich habe schon die verbesserte mg glaube wir uns jetzt ordentlich umgesehen ich glaube gegner sind keine mehr oben kommen ja 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 etwas und gold noch mal hier noch ja ich komme nicht weiter ich freue mich so und ich war auf dem platz für die position warum nicht warte wir können wir tauschen bringt wohl was ich habe ja die magnum nämlich hier die pistolmütze noch mitnehmen ok bitte ich den schalter links und ich nehme den rechts weil sie hier wieder runter kommen ich weiß nicht wie es kommt hier runter ja jetzt jetzt bin ich auch unten so ich stehe am hebel auf meiner hand da wir müssen so gleichzeitlich so ja jetzt nicht sie weg ja ja wovor sonst noch irgendwas schief gehen kann ja und da kommt schon gegner ich weiß genau was du vor hast da wäre es mir auch fliegender gegner ja du bist tot und du bist tot und dass der andere wir euch näher wie schlecht dahinter du bist tot steckt da vorhin verwandeln und dann doch und auch endlich wie da kommt auch wieder welche dann bekommen wir mal wieder oder jetzt kommt keine mehr wenn alles erledigen bevor wir gehen ja so viel zeit muss sein aber da kommen wir mal auf gegner es gibt es nicht okay war schon jord war es ist irgendwie aber kürzlich gedacht hat ja scheiße wir haben uns zu schützen wir müssen etwas machen wir müssen uns zu schützen wir müssen uns zu schützen Was sollst du damit machen? Du bist nur ein Excella-Plaything. Du bist deinem Geist. Eine weitere Zeit. Was sollst du damit machen? Okay. Ich werde es nicht mehr machen. Das ist ein Nichtschwert. Das gehört einfach. Ja. Ich bin... Ich bin... Nein, das sind meine Grafikeinstellungen. Hm. Und das kann da passieren, wenn man Steroide nennt. Das ist ein Oktopus-Monster. Das erzeug aus kann. Das habe ich einfach anscheinen Regist växten. Was soll ich ausü Seven amv guessen? Ich habe einfach ein Erlöse hunter- Damen und Gerrit belastelt. Aber fast versen vom Metall sei. Ich hab einfach nur ein' verrückter Ver deixa. ja mein kurs kann wenn wir einige machen kann ich nicht warten ja wir haben hier genügend massenverdichtungswaffen aber sollten damit treffen ja 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 Hey, die Fertz. Oh, klar, wir kommen. Hey, wie geht? Hey, wie geht? Hey, now? Wir sind jetzt. Oh, fuck, da ist er! Oh. 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 Oh, ich kann das gerne. Oh. Oh, ich kann das mal überführen. Oh. Oh. Wie. Oh. 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 ich gut aussehend aussieht machen wir dich nicht der hält sich wohl wohl für den gott weil es auch unter und aus städig aus ist es sieht einfach umwerfend aus trotzdem er kann es nicht mit uns aufnehmen ich habe jetzt hier habe ich das ding gemacht mein körper die taten von mir die nicht richtig konnte ja ich wusste zum glück nur eine taste drücken noch mal ich den tage kaputt sei dann allein ich habe wieder gerne er wechselt die ganze aber Ha! Ich glaube in Revelations kamen sie wieder vor Wenn ihr lange leben könnt, dann könnt ihr sie abhauen Die Diener ist nicht so schlecht, aber es wird nichts verändern Du bist immer schuldig Wir haben Zeit hier, Chris Lass ihn langsam leiden Oh man, ich wollte ihm gerade eine Kugel durch den Kopf jagen Ich bin glänzwerter Bustard Wir gehen weiter Ey, Kapitel abgeschlossen 3-3, wuhu! Yes Riccardo Irving Er war Spanier Ich habe es gewusst Weiter Ja Ja Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Ich könnte mir jetzt auch eine M3 holen Aber nein Ich kann mir irgendwann eine holen, aber Wie das ganze weitergeht Und was uns noch in diesem Albtraum erwartet Das sehen wir im nächsten Part von Resident Evil 5 Oh 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 Oh